So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Angry Birds Nummer 2. Wir sind jetzt bei Level 6 angekommen, dann schauen wir mal, wie cool wir heute sind. So, jetzt bashen wir das zweite Schwein weg. Bam! Jetzt fängt der nächste Angriff. Schön zerstört. Jetzt geht es natürlich weiter im Text. Jetzt kommt der rote Vogel angeflogen. Macht die Gampfs und die Schweine kaputt. So Leute, jetzt haben wir das Level geschafft mit einer Suchpunktzahl von 155.000 Punkten. So, jetzt springen wir weiter. Ab geht's ins nächste Level. Level Nummer 7. Und so, schauen wir mal. Wie wir hören. Die zerbäschen die Schweine. Boom! Das komplette Ding einfach. So. Wieder gemeldet. Richtig geil. Eine Bonus-Cutter nachhalten. Wo ein Vogel ist immer nur schlecht. So, jetzt geht es weiter hin. Eine schöne Rock-Cut. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Bam! So. Verfliegt's. Vogel mit dem Egg. Bam Bam Bam. Schön zerstört. Sehr cool. Sehr cool. 61.000 Punkte. Kann man sich nicht beschweren. Jetzt geht's weiter zum nächsten Level. Level Nummer 8. Wir können auch gerne auf unserem Channel die anderen Let's Plays abchecken. abchecken. CSR 2. Abwehrraising. Diese 2 Displays haben wir da auf jeden Fall drauf. Und noch Brawl Blast. Das ist auch ein sehr cooles Game. So, jetzt schauen wir mal wie es weiter geht. Mit dem nächsten Vogel. Bam. Schön zerstört, schön zerstört. Die Abwehrraising ist kaputt gegangen. Das ist sehr cool. Mal gucken wie es sich da ausgefallen ist. Wir haben 400.000 Punkte. Das ist ein neuer Rekord. Und jetzt geht's weiter noch ins Level Nummer 9. Das ist sehr, sehr nice. Dieses Game Angry Birds übrigens. Macht sich sehr gut aus dem Handy. Schön kaputt gefetzt. So und jetzt geht's weiter los. Gucken wir mal jetzt raus. 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 Schöne Bonus-Caller bekommt. So jetzt kommt der gelbe Vogel. Da kann man natürlich so die Dinger umhauen. Jetzt kommt der Bomben vorbeugel. Der ist bei dir gleich. So ist schön. Bam. Und die Wacken. Hatschweine. Ich hab's jetzt. So ne gut. Sehr, sehr spannend Leute. Jetzt geht's nämlich ins End Level. Na gut, sagen wir mal zum ersten Boss. Level Nummer 10. Das ist das Boss Level. Hier kommt so ein ganz großes fettes Schwein. Ich bin gleich angeflogen. So, fangen wir erstmal an hier. Hier regnet's. Mal schauen ob ich regelt. Was bringt das zu? Leider ich glaube nicht. Ich drücke alles zu stören. Nein, das ist geil. Einer will ich kurz anhalten. Der Meister. Ich spiele Meister. So und jetzt kommt's angeflogen. Das ist cool. Der Meisterschwein. Der Luftschuh. Und den wollen wir zerstören. Ja, jetzt holen wir's bisschen. Ja. Bisschen Lebensenergie verloren. Hab das Meisterschwein schon. So, jetzt krieg's gleich runter. Bam. Bam. Das ist leider noch nicht zerstört. Wie greif ich denn jetzt an? Mit welchem Vogel? Jetzt nehmen wir den roten Vogel. Bam, bam, bam. Der ist sehr schön umgekippt. Und jetzt sind wir weggeflogen. Komplett weg. Eine neue Bonuskarte erhalten. Und ich glaube es sieht so aus, als hätten wir den Endboss. Das Endboss-Schwein besiegt. Ich hoffe euch hat das zweite Let's Play von Angry Birds in 2 gefallen. Abonniert uns gerne. Und folgt unser Instagram und Facebook. Link ist in der Bio verlinkt. Und ich hoffe es war cool für euch. Bis zum nächsten Mal.